Jetzt Bauer Call. Hallo Freunde, hier ist euer Bauer Call. Ich hab eigentlich nicht viel Zeit. Ich will euch nur eins sagen, das mit dem Trump in Amerika, das kam mir von Anfang an komisch vor. Und jetzt will der ja die Mauer machen nach Mexiko. Und jetzt ist mir das vollkommen klar. Das ist mir vollkommen klar. Ja, der Trump ist eine Reinkarnation von Walter Ulbricht. Ja, und deshalb hat er auch so eine komische Frisur, weil der Walter, der hatte ja Glatze. Deshalb hat er kein Gefühl für richtige Haare auf dem Kopf. Deshalb klappt das noch nicht so richtig. Und den Beweis werden wir kriegen, wenn er irgendwann sagt, nur einer hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Er selber. Oder wenn er sagt, den Terrorismus in seinem Lauf hält nur noch Ochs und Esel auf. Verstehst du? Dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid. Aber das würde ja bedeuten, jeder kommt irgendwann mal wieder. Und dann kann er uns bange werden, weil der ist schon schlimm genug. Hau rin und piech nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss, ich habe keine Zeit, ich muss los. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.